So, jetzt aber Schluss mit dem Winter. Der darf nun gerne eine lange Pause einlegen. Begrüßen wir den Sommer mit heißen Tagen, aber mit auch oftmals heißen Nächten. Unser Motto für diesen Sommer, endlich die richtige finden, gemeint ist in dem Fall die Zudecken. Jeder Mensch ist anders. Die einen schwitzen viel im Sommer, die anderen freust selbst im Hochsommer und es gibt Kamelhaardecken, es gibt Sommertanendecken, es gibt Bambeidecken, es gibt für jeden Menschen die richtige Zudecken für den Sommer. Wenn die Nachttemperatur nicht mehr unter die 20-Grad-Grenze fällt, wird es für so manche unangenehm. Man wälzt sich hin und her und das Einschlafen fällt schwer. Die Richtige im richtigen Moment kann dabei Abhilfe schaffen und Gutes tun. Ein Thema möchte ich doch besonders hervorheben, das ist ein lokales Produkt aus Lenzing, Tencel, ist aus Holz gemacht, also von dem her wirklich ein Naturprodukt. Das ist eine ganz leichte Sommertanendecken, nimmt super Feuchtigkeit auf und kostet einen Schmarrn. Neben der richtigen Zudecke darf sich auch das gesamte Schlafzimmer zwecks Wohlfühlfaktor an den Sommer anpassen. Mit frischen Farben und schöner Deko. Willkommen im Dschungel, Frühsommer, Grüntöne, das passt immer gut zusammen. Sehr frisch dieses Jahr, wir haben auch Flamingo, also von dem her, es ist nicht nur grün, sondern es ist punktgescheckt das Ganze durch, macht richtig Spaß, sich das Schlafzimmer passend zu dekorieren. Und das Ganze ist natürlich auch abgebildet auf unserer Homepage, da kann man sich das einfach mal vorher anschauen, da kann man durchschmökern und auch gleich direkt bestellen. Genau, frei nach dem Motto, jetzt schon an den Sommer denken und endlich die richtige finden. Bettenammerer finden Sie wie gewohnt in Ried, Scherding, Braunau, Christkirchen, Munden, Kirchdorf, Mauthausen, Salzburg, Everding und Matikhofen. 2 5 Running 2 1 9 2 Vielen Dank.